Leid kreis euch, Servus, hei die Ehre, EG Metall Allgäu, Volk Special & Air, Dienstag der 28. Viertel, kürz vor neun Uhr, unser sechster Streiktag, der Arbeitskampf geht weiter. Der Streik läuft, die Hütte steht leer, es wird seit sechs Tagen dort nichts mehr produziert. Ich bin stolz auf euch, die Hüttenwirkler heiten zusammen und nicht nur die Hüttenwirkler, sondern Sonndhofen hält zusammen. Es ist einfach schön zum Seher, wenn hier die Sonndhofener vorbeikommen, mit uns ins Gespräch gehen, uns ihre Solidarität ausdrücken, uns Glück aufwünschen und ihr Unverständnis ausdrücken, dass dieses Management weit weg in Heidenheim einfach unsere Hütte schließen will. Wir kämpfen weiter, Leute, ihr wisst es. Und ich sage das ausdrücklich auch an die Firmenanwälte, sie analysieren ja unsere YouTube-Videos. Wir streiten, der Arbeitskampf geht um den Sozialtarifvertrag, dass ich es nochmal dokumentiert habe. Aber ich sage auch nochmal, wir sind gesprächsbereit und suchen mit dem Management Lösungen. Selbstverständlich machen wir das und die Metall ist bekannt, dass sie jederzeit lösungsbereit ist. Stellvertretend für alle Sonndhofener, die hier vorbeikommen, darf ich eine Mama eines Auszubildenden nochmal unseren Dank aussprechen. Schön, dass sie angehalten haben, schön, dass sie extra umgedreht haben, um uns nochmal ihre Solidarität auszudrücken. Es freut uns einfach riesig, dass Eltern von Auszubildenden, dass Mütter und Väter und Opa und Oma, das Junghüttenwörtler und Althüttenwörtler, das Sonndhofener, die mit diesem Arbeitskampf in Anführungszeichen wenig, eigentlich wenig zu tun hätten, uns ihre Solidarität ausdrücken. Hüttenwörtler Sonndhofen und das Allgäu steht zusammen im Kampf gegen das Management aus Heidenheim. Und wir versprechen als Regimental, wir kämpfen weiter, wir sind noch lang nicht am Ende. Am Schluss dieses Videos eine Botschaft, ihr habt uns hier vor dem Werk angesprochen. Die Frage war, wie fahren wir denn jetzt, wann geht's los und was machen wir denn in unserer Streikunterstützung? Leute, haben wir euch zugesagt, Streikunterstützung, wir kümmern uns. Wir gucken, dass wir den Lauf starten, beziehungsweise, er ist schon gestartet, dass ihr möglichst schnell an eure Streikunterstützung kommt. Und wir haben jetzt eure E-Mail-Adressen, die ihr uns zugesandt habt. Wer nicht, will ihr noch machen? www.aigauonair.de Bitte dort die E-Mail-Adressen, eure Kontaktdaten draufschicken. Wir haben euch im E-Mail-Verteiler drinne und wir werden euch jetzt über diesen zweiten Kanal auf Informationen halten. Soviel von mir heute. Wenn Fragen sind, sehr gerne über diese E-Mail-Adresse oder kommt direkt vorbei. Wir sind da, Streikzelt, Streikbüro immer besetzt mit einem aus der Streikleitung. Wir stehen Rede und Antwort. Soviel für heute, Leute. Wollen wir uns auch damit belassen. Im nächsten YouTube-Video nochmal eine Botschaft an den Interimsmanager und nochmal eine Botschaft nach Heidenheim. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Wir wollen die Videos nicht so lange machen, dass es dann auch entsprechend angehört wird. Für heute soviel. Leute, jetzt geht's drum. Lasst uns zusammenstehen und um unsere Hütte kämpfen. Lasst uns zusammenstehen, die Hüttenwörtler. Uns unterrufen, das ganze Allgäu. Wir kämpfen, wir bleiben dabei. Ihr auch. Glück auf. Wir sehren uns. Kürz euch.